30 Jahre Deutsche Einheit, das ist ein Grund zu feiern. Vor 30 Jahren wurde eine Mauer eingerissen. Wow, das hat mich als Kind so richtig beeindruckt. Mit 8 Jahren saß ich mit meiner ganzen Familie vor dem Fernseher und habe zugeschaut, wie Menschen von Ost und West sich getroffen haben und habe die Energie, die damals entstand, bewundert. Genau diese Energie, das Zusammenwachsen zweier Staaten, ist auch ein tolles und positives Beispiel für ganz Europa. Und wir brauchen auch heute dringend mehr davon. Dass zwei Sozialsysteme zusammengewachsen sind, dass zwei Staaten, die vorher verfeindet waren, als Einstaat fortbestehen seit 30 Jahren. Genau diese Energie brauchen wir auch für eine europäische Sozialpolitik, für einen gemeinsamen Mindestlohn, für einen Arbeitsmarkt, der für ganz Europa Gültigkeit hat. Das wäre ein schönes Ziel und genau dafür sollten wir alle kämpfen.